Herr Daimer Güller, Sie sind einer der Rechtsanwälte der Nebenanklage im NSU-Prozess und vertreten zwei Opferfamilien. Wie erleben Ihre Mandanten den Prozess bisher? Es war ein holpriger Anfang mit zahlreichen prozessualen Fragen, die geklärt werden mussten, Anträgen der Verteidigung, die nicht wirklich aus meiner Sicht rechtlich Sinn machten. Es ist für einen Nicht-Juristen natürlich schwierig, das alles als einen normalen Teil eines Strafprozesses zu verstehen, weil es eben lange dauert und man nicht zu den eigentlich wichtigen Sachen kommt. Für die Mandantschaft war es natürlich auch sehr, sehr schwierig, zum ersten Mal den mutmaßlichen Mördern ins Gesicht zu blicken. Sie waren sehr aufgeregt, sehr nervös, haben das aber doch mit sehr, sehr viel Würde ertragen. Aber sie hoffen natürlich genauso, wie wir Anwälte hoffen, dass wir jetzt auch Fahrt gewinnen und uns jetzt über die wesentlichen Fragen von Schuld und Unschuld befassen können. Der bizarre Anfang mit zahlreichen Unterbrechungen und juristischen Beschwerden hat tatsächlich den Prozessauftakt bestimmt. In dieser Woche wurde die Anklageschrift dann doch verlesen. Glauben Sie, dass Beate Zschäpe im Laufe der Verhandlungen doch noch ihr Schweigen brechen wird? Sie haben immer wieder erwähnt, dass es ihr gutes Recht sei, zu schweigen. Es ist das gute Recht eines Angeklagten zu schweigen. Niemand ist gezogen, sich selbst zu belasten. Ob es prozestaktisch für sie Sinn macht, zu schweigen, wird sich zeigen. Also ein Teil der Angeklagten will ja auspacken. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass sie spricht. Allein nicht nur aus Fragen der Wahrheitsfindung, sondern auch als Signal an die Opferfamilien zu sagen. Also ich übernehme meinen Teil der Verantwortung. Aber hoffen tue ich darauf nicht. Sie haben oft gesagt, dass dieser Prozess auch das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherstellen muss. Wie kann dies gelingen und welche Erwartungen haben Sie an den Prozess? Der Strafprozess dient primär darum, über Schuld und Unschuld zu bestimmen. Das ist vollkommen klar. Aber so ein Strafprozess hat ja auch einen übergeordneten Zweck. Der übergeordnete Zweck ist, den Rechtsfrieden herzustellen. Und ein Teil dieser Rechtsfrieden ist eben auch, dass die Opfer vor allem, aber auch die Öffentlichkeit das Gefühl haben, dass das Gericht alles getan hat, um die Wahrheit zu erkunden. Und was das angeht, ist mein Vertrauen in das Gericht ungetrübt. Und auch das Vertrauen meiner Mandantschaft. Was erwarten Sie für den Verlauf in den kommenden Wochen? Wir werden jetzt hoffentlich verstärkt in die Beweisaufnahme eintreten. Das heißt, Sachverständige hören, Zeugen hören. Aber zuerst einmal werden wir uns mal die Einlassung der gesprächswilligen Angeklagten anhören. Ich glaube, dass das den inhaltlichen Verlauf des Prozesses schon sehr, sehr stark beeinflussen kann. Für die nächsten Wochen und Monate sind ja schon über 200 Zeuginnen und Zeugen genannt. Insgesamt haben wir über 600 Zeugen. Also es ist viel Arbeit für uns. Sie wünschen sich eine Debatte, die sich dem institutionellen Rassismus in Deutschland widmet. Warum ist dies besonders wichtig und warum hat sie nicht schon längst stattgefunden? Ich glaube, wir müssen über Rassismus sprechen. Die Politik muss über Rassismus sprechen. Die Politik muss gegen Rassismus kämpfen. Aber sie kann das nur dann mit Glaubensbedürfung tun, wenn sie in ihren eigenen Reihen aufräumt. Ich glaube, wir können der überwiegenden Zahl, der ganz großen Zahl unserer Beamtinnen und Beamten vertrauen. Ich glaube, dass unsere Institutionen insgesamt funktionieren. Aber das heißt nicht, dass wir nicht in unseren Reihen auch Probleme haben. Und die müssen wir anpacken. Es geht darum, dass der Bürger den Vertrauen zum Staat uneingeschränkt haben muss. Und es geht darum, dass der Staat auch Vorbild für den lässt des Landes ist. Und das heißt nicht, dass der Staat auch Vorbild für den Werten ist.